Ich laufe ja demnächst zwei Jahre lang vom Nordpol zum Südpol. Das ist selber schuld. Sag mal, kannst du mir nicht mal einen Tipp mitgeben, was so wichtig wäre für mich aus deiner Sicht? Na ja, klar, hast du denn die nötige Grundlagenausdauer, weil zwei Jahre schon etwas länger als 90 Minuten Fußball spielen. Ich trau dir das natürlich zu, weil ich habe schon gehört, du machst die verrücktesten Sachen. Aber zwei Jahre, da kann ich dir nur den Tipp geben, durchhalten. Das werde ich machen. Aber weißt du was? Kannst du nicht vielleicht ein Stückchen mal mit mir mitkommen? Oh, das ist mir erstens zu kalt. Und deine Fitness, die muss ja überragend sein. Zwei Jahre, also was du dir da vornimmst, das habe ich so noch nie gehört. Und ich drücke dir extrem die Daumen und zwei Jahre, warte mal, dann bist du, wann bist du wieder hier beim nächsten Business Champion? Im Herbst 2009 zählen. Da sehen wir uns dann wieder und dann kommst du mit einem Stück vom Südpol und Nordpol, mit einem schönen kleinen Eisberg kommst du hier rein. So mache ich das. Ich danke dir. Sehr gerne.